Hi, hier ist Mr. Laguiole. Willkommen zu der Laguiole Welt von Original Laguiole.de. Heute haben wir eine Menge zu zeigen. Wir haben neue Funktionen direkt in der Leiste neben der Suchfunktion. Dann haben wir die Suchfunktion erweitert mit noch mehr Merkmal, so dass du noch besser und schneller zu den gewünschten Produkten gelangen kannst. Dann haben wir, oder ich werde gleich noch vorstellen, welche drei Möglichkeiten es gibt, wenn man ein Produkt kaufen möchte, das nicht vorrätig ist. Und dann haben wir das LTS-Spiel heute, wo du fünf Karmuspunkte gewinnen kannst. Und zwar wenn sich zwei von sieben Holz wählen, weil es doch wieder ein bisschen anders ist. Das habe ich im letzten Video schon kurz angerissen. Und wenn du heute die richtige Antwort gibst, kannst du fünf Karmuspunkte gewinnen. Dann zeige ich gleich hier sofort einmal nach dem Produkt der Show, zeige ich ja einige Bilder von dem Serrano Fest hier in Manilva bzw. in Estepona, also an der Costa del Sol in Spanien, wo ich bin, habe ich ein paar kurze Impressionen für euch. Ich hoffe, ihr guckt das Video, wenn ihr schon gegessen habt und nicht vorher, denn das macht schon ziemlich Appetit. Und jetzt schauen wir uns noch mal das Messer, das ich hier vorstellen möchte. Es ist von Armand Kaisack für 295 Euro, hat einen Drehausgriff und hier eine sehr schöne Gravur auf der Klinge. Das schauen wir dann gleich in Ruhe an. Und noch mal ganz kurz, wie ich erwähne immer wieder, dass wir in dem Montags-Chat bei dem Crazy Monday Spiel drei Produkte natürlich zu gewinnen haben, wenn du fünf Karmus einsetzt. Und zwar einmal unser Stecketui in unterschiedlichen Farben, dann der Pflegebalsam und diese Schachtel Pralinen mit dem Schokoladen Laguiole, dass wir extra aus dem Dorf Laguiole bekommen von einer Konfisserie, die dort all diese Produkte per Hand herstellt. War lange nicht klar, ob wir diese Produkte auch bekommen. Ja, wir bekommen diese Produkte, die sind unterwegs zu uns, dürfen jetzt eintreffen. Letzten Montag haben wir schon bereits die Verlosung gemacht bzw. eine Crazy Monday gab es schon einen Gewinner. Nächsten Montag gibt es diese Schachtel Pralinen wieder zu gewinnen. Also kannst du ruhig mitmachen und zwar montags von 20 bis 21 Uhr. Da musst du fünf Karmus einsetzen und dann mittels ein Roulette werden wir entsprechend den Gewinner ziehen. Allerdings müssen mindestens drei Teilnehmer an dem Spiel mitmachen, damit wir dieses Schokoladen im Wert von ich glaube 34,50 Euro verlosen. Also willkommen an dem Montags-Chat. Einfach über unsere Seite gehen, dich einloggen und dabei sein. Bis gleich! Bis zum nächsten Mal! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 das Dankeschön, dass du es sofort bezahlst, bist du natürlich von Preissteigerungen geschützt, denn wir bestellen dieses Produkt sofort bei der Schmiede und es kann zwischen vier und acht Wochen, manchmal mehr, manchmal weniger, dauern, bis das Produkt speziell für dich hergestellt wird. In diesen acht Wochen, zwei Monate, kann es schon mal drei Monate sein, kann es natürlich sein, dass das Produkt teurer wird. Wenn wir uns die letzten zwei Jahre anschauen, war es auch tatsächlich so, dass das Produkt immer wieder praktisch fast schon von Lieferung zur Lieferung teurer geworden sind. Diese Teuerung, die musst du nicht bezahlen, das heißt, wir waren bei dem Beispiel 1000 Euro, wenn das Produkt nachher mal 1100 Euro kostet oder 1200 Euro, interessiert dich nicht, du hast dafür schon bezahlt die 850 Euro, der Preis war fest, das Risiko übernehmen wir, das ist eben das Dankeschön dafür, dass du das Produkt vorfinanziert hast, bevor es überhaupt geliefert wird. Das ist also die erste Möglichkeit, Vorteil, wir bestellen sofort das Produkt für dich und du bist geschützt vor weiteren Preissteigerungen. Die Möglichkeit zwei, das ist die Benachrichtigungsliste, das heißt also, du klickst hier unterhalb des Warenkorb-Buttons klickst du auf Benachrichtigungsliste, dafür musst du vorher eingeloggt sein, und das ist die unverbindlichste Möglichkeit, die es gibt, denn du machst damit deine Absicht, dass du gerne dieses Produkt hättest haben wollen, aber auch von dir ist es unverbindlich. Das heißt, in dem Moment, wo du das auf der Benachrichtigungsliste tust, gehen wir nicht sofort hin und bestellen das, wie in dem ersten Fall, sondern es ist ein Vermerk, ein Kunde hat Interesse an diesem Produkt, wir sehen das, bei dir ist es auch ziemlich unverbindlich. Ich hätte möglicherweise da Interesse dran, wenn es natürlich in unserem ganzen System der Bestellungen passt, bestellen wir das, wenn nicht, dann warten wir noch, bis es eben passt. Das heißt also, du hast keine Garantie, dass das Produkt überhaupt relativ zeitnah bestellt wird, aber an dem Tag, wo es mal bestellt wird und dann wieder geliefert wird, wenn es bei uns in der Lage ist, bekommst du natürlich sofort eine Benachrichtigung per E-Mail. Dieses Produkt ist da, dann weißt du das und dann kannst du natürlich sofort dich entscheiden zu kaufen, zu dem Preis, der dann natürlich aktuell ist. Wenn wir da jetzt von einem Preis von 1000 Euro gehen, beim gleichen, wir beim ersten Beispiel, sagen wir, eine Höhe sich um 10%, dann hättest du das Beispiel, dass das Messer 1.100 Euro kostet und du kannst natürlich, sofern du, sagen wir mal, Premium Goldkunde bist oder 30 Karmuspunkte hast, kannst du natürlich Rabatte in Anspruch nehmen. Sag mal, der maximale Rabatt ist 30% und dann würdest du für dieses Messer, das 1.100 Euro jetzt kostet, 770 Euro. So gesehen ist es natürlich günstiger als im ersten Fall, da hattest du ja 850 Euro bezahlt. Aber bei dieser zweiten Möglichkeit hast du keine Garantie, dass es bestellt wird, in dem Moment, wo du es auf die Liste tust und noch viel wichtiger, es ist nicht für dich reserviert. Das bedeutet, wenn in der Zeit, sag mal, du tust es heute auf der Liste, wir sehen es irgendwann, in einem Monat zwei Bestellungen wird, dann dauert mal vielleicht zwei Monate bis geliefert wird, sind vielleicht vier, fünf Monate vergangen. Kann auch ein halbes Jahr sein. Wenn in dieser Zeit ein anderer Kunde die die Möglichkeit eins benutzt und das Produkt bestellt für die 850 Euro, wenn das Messer vier Monate geliefert wird, bekommt er es natürlich zuerst. Das ist die erste Problematik. Das heißt, obwohl es auf der Liste hat, obwohl es bestellt war und obwohl es da ist, bekommst du es nicht, weil es von einem anderen Kunden bereits schon bezahlt ist. Zweitens, wenn das Messer ankommt nach zwei, drei, vier Monate, dann sind es vielleicht mehrere, die dieses Produkt auf der Benachrichtigungsliste eingesetzt haben und wir schicken an alle natürlich die E-Mail. Achtung, Achtung, dieses Produkt ist jetzt vorrätig. Das geht übrigens über MyChat. Du bekommst also keine E-Mail in dem Sinne, sondern über MyChat bekommst du eine E-Mail, dass du jetzt eine Nachricht in MyChat hast, aber all das erfolgt immer über unser System MyChat. Also, du weißt Bescheid, jetzt ist es da, aber genauso auch vielleicht drei, vier, fünf, sechs andere. Und dann, wer zuerst kommt, der bekommt das Produkt auch zuerst. Das heißt also, wenn du vielleicht erst abends die Benachrichtigung siehst und mittags einer schon schneller war, bekommst du es ja wieder nicht. Der Vorteil ist, diese Möglichkeit, Benachrichtigungsliste ist völlig unverbindlich. Selbst wenn das Produkt da ist und du weißt, dass es da ist, hast du dich vielleicht mittlerweile anders entschieden, möchtest du vielleicht ein anderes Produkt kaufen oder hast ein anderes Messer woanders gekauft. Das heißt, das ist für dich völlig ohne Verpflichtung. Die dritte Möglichkeit, das ist ein innovatives Konzept von uns, das nennt sich 3 Plus-Konzept. Wir möchten mit diesem 3 Plus-Konzept so eine Brücke zwischen dem ersten und dem zweiten Möglichkeit haben. Denn viele von euch sammeln Karmos Punkte und möchten diese Karmos Punkte einsetzen. Das ist bei einem Produkt, das nicht auf Lager ist, leider nur mit 15 Prozent Rabatt möglich. Aber du hast vielleicht schon viele Karmos Punkte da und gesammelt. Du möchtest endlich mal die einsetzen. Also theoretisch wartest du natürlich, bis das Produkt so lieferbar ist und kannst 30 Prozent bekommen. Da du aber nicht sicher sein kannst, dass das Produkt in absehbarer kurzer Zeit lieferbar ist, haben wir dieses 3 Plus-Konzept entwickelt. Das bedeutet, wenn du, du musst es natürlich vorher per E-Mail schreiben, denn das kannst du nicht automatisch kaufen oder im Shop einsetzen. Das müssen wir manuell machen. Du sagst uns, ich möchte dieses Produkt mit dem 3 Plus-Konzept erwerben. Dann passiert folgendes. Erstens musst du dafür, dass du den 3 Plus-Konzept teilnimmst, schon mal 10 Karmos Punkte einsetzen. Das bedeutet, dann für uns, wenn 10 Karmos Punkte einsetzt und dieses 3 Plus-Konzept teilnimmst, bedeutet, dass wir sofort, sobald du dieses Produkt oder wir dieses Produkt als Rechnung eingestellt haben, wir uns sofort darum kümmern, dass es geliefert wird. Du musst nicht dafür bezahlen. Das heißt, sagte ich ja, das ist eine Mischung zwischen der ersten Möglichkeit mit dem Wartebonus und der zweiten Möglichkeit mit der Benachrichtigungsliste. Es ist relativ unverbindlich, auch wenn es gekauft ist. Es ist nicht verbindlich für dich. Du musst es nicht im Voraus bezahlen. Diese Rechnung wird eingestellt mit 10 Karmos Punkten, die du dann natürlich sofort abgezogen bekommst. Und wir kümmern uns sofort, wie im ersten Fall, mit einem 5% Wartebonus. Es ist sofort darum, dass es bestellt wird. Und dieses Produkt gehört auch dir. Das heißt also, wenn wir es jetzt bestellen für dich, es spielt keine Rolle, dass ein anderer Kunde vorher das Produkt kauft mit einem Wartebonus, das gehört dir. Denn wir beschaffen es extra für dich. Dennoch musst du nicht bezahlen, dennoch musst du es danach nicht kaufen. Jetzt dauert es ja vier bis acht Wochen, bis es kommt. Das Produkt ist da. Wir benachrichtigen dich und sagen, hey, wir rufen dich an und sagen, das Produkt ist jetzt da. Dann kannst du dich entscheiden. Oh, ich will es doch nicht. Dann stornieren wir das. Die ersten 10 Karmos Punkte, die du eingesetzt hast, die sind dann auf jeden Fall weg. Die haben wir schon bei der Richtungsherstellung abgezogen. Und wenn du stornierst, gehen weitere 10 Karmos Punkte weg. Das heißt, du verlierst 20 Karmos Punkte, wenn du sagst, du wirst es nicht haben. Der große Vorteil ist, wenn es da ist, kannst du die 30, maximal 30 Prozent oder deine EUR Premium Gold Rabatte sofort anwenden. Das heißt also, wir verändern die Richtung mit entsprechenden Gutschriften. Der ursprüngliche Preis gilt natürlich nicht mehr, denn wenn das Produkt jetzt neu dazugekommen ist, wird es möglicherweise teurer, sagen wir mal 10 Prozent teurer, damit wir einen anderen Beispiel anknüpfen können. Dann habe ich hier ebenfalls eine Rechnung gemacht. Das heißt, das Produkt kostet jetzt nicht mehr 1000 Euro, sondern ebenfalls 1100 Euro. Aber du kannst die 30 Prozent Rabatt voll in Anspruch nehmen und bezahlst dann doch nur 770 Euro. Das bedeutet, wir verändern die ursprüngliche Rechnung. Die war über 1000 Euro plus 10 Karmos Punkte. Die verändern wir jetzt. Mit dem neuen Preis 1100 Euro, ziehen die 30 Prozent Rabatt ab. Und das ist das, was du letztlich bezahlst. Der großer Vorteil von diesem 3 Plus Konzept ist eben, wir kümmern uns sofort um die Bestellung. Du, für dich ist es unverbindlich. Du kannst sogar davon zurücktreten. Dafür musst du nur Karmos Punkte einsetzen. Und du kannst die vollen 30 Prozent Rabatt erhalten. Also jede Möglichkeit hat einen Vorteil. Das erste war ja mit dem Wartebonus, wo du mit der Karmos Punkte bis zu 15 Prozent Rabatt bekommen kannst, musst du sofort bezahlen. Dafür gehört das Produkt auf jeden Fall dir. Und wir kümmern uns sofort darum. Zweite Möglichkeit Benachrichtigungsliste. Völlig unverbindlich für dich und für uns. Das heißt, wir kümmern uns nicht sofort, sobald es auf der Benachrichtigungsliste ist, sondern irgendwann, wenn es entsprechend in unserem Konzept passt. Und dafür kannst du es natürlich, wenn es doch kommt, kann ihr ein anderer wegschnappen. Wegschnappen natürlich. Und die dritte Möglichkeit ist eine Mischung aus den beiden. Unverbindlich. Keine Vorkasse. Preissteigerungen müssen berücksichtigt werden. Kannst dafür bis zu 30 Prozent Rabatt bekommen. So, da sind so ungefähr diese Vorteile des Konzeptes 3 Plus bzw. was du alles machen kannst, wenn du ein Produkt kaufen möchtest, das nicht vorrätig ist. Was gibt es noch Neues? Wir haben so viele Funktionen. Ich erkläre die immer wieder in dem Video, aber dennoch sind es wirklich wahnsinnig viele. Und dennoch möchten wir, dass du möglichst eine gute Übersicht bekommst. Und dafür haben wir diese Leiste hier rechts und links nehmende Suche, haben wir angepasst und mit neuen Informationen versehen. Zum einen haben wir gesehen, dass diese alte Button neue Produkte nicht so angenommen wurde von euch. Deswegen haben wir es jetzt geändert. Dann haben wir sofort die Karmus-Punkte. Eure Karmus-Punkte stand hier eingeblendet, sodass ihr sofort sieht, wie viele Karmus-Punkte ihr habt. Dann müsst ihr nicht noch mal im Kundenbereich. Schön finde ich auch, dass man sieht bei der OEC Community, wie viele neue Nachrichten es gibt, seit du das letzte Mal da warst. Sobald du die gelesen hast, verringert sich die Zahl dort. Und noch viel wichtiger ist hier bei diesem Männchen in dem Kundenkonto sozusagen, wie viele Nachrichten MyChat noch da sind, die du noch nicht gelesen hast oder als To-Do markiert sind. Denn du weißt ja, du kannst das Auge benutzen, auch wenn du eine Nachricht gelesen hast, aber du möchtest nicht sofort darauf antworten oder kannst nicht. Oder du musst noch irgendwas gesucht oder passiert sein, damit du darauf antwortest. Deswegen markierst du die wieder weg mit diesem Auge. Und dann gilt das noch als neu. Und es wird hier natürlich bei dieser Anzahl mit angezeigt. Das heißt, du weißt, dass in diesem Beispiel hätten wir jetzt hier so viele Nachrichten, die praktisch jetzt also sieben neue MyChat-Nachrichten, sechs neue OLC-Nachrichten, die ich noch nicht gelesen habe, also nicht nach diesen, sondern Beiträge. 13 Karmos-Punkte hätte ich ja insgesamt in meinem Konto. Und dann haben wir hier rechts auch was Neues gemacht, und zwar News. Wenn man darauf klickt, kommt man sofort zu den News. Das ist zum Beispiel so News, dass ich euch verbreite. Das heißt, immer wieder, wenn wir neue Sachen haben, nicht neue Produkte. Neue Produkte steht hier links bei neue Produkte. Aber bei News, wenn man darauf klickt, ist nach Jahren sortiert alle wichtigen Informationen aus der Laguiole-Welt zu unseren Funktionen im Shop oder andere wichtige Sachen, die die Laguiole-Welt oder das OLC oder eben unser Shop betrifft. Das, ich denke, das ist wirklich eine tolle, tolle Geschichte. Und ich bin sehr froh, dass wir das so gemacht haben. Das ist das wirklich wie eine Nachrichtenzentrale mit wichtigen Informationen für euch. Weiterhin haben wir unsere Suche verändert, damit ihr noch schneller zu eurem Ziel kommt. Und zwar hier ganz rechts haben wir jetzt den Punkt Themen. Wenn du darauf klickt, also am besten gibst du vorher natürlich oben Messer ein, damit du alle Möglichkeiten hast. Dann klickst du hier auf Themen und da siehst du sowas wie Afrika, Haustiere, Goethe, Ozean, Insekten, Geschichte, Musikinstrumente, Partnermesser, Legenden, Vögel, Pflanzen, Symbole, Lady Messer und Jakobsweg. Also ganz viele unterschiedliche Sachen, die beziehen sich hauptsächlich auf die Biene. Das heißt, wenn du hier klickst aus Afrika, siehst du dort Taschenmesser mit Bienen, die irgendetwas mit Afrika zu tun haben. Tiere, Schlangen oder was auch immer in Afrika lebt. Genauso wie bei Haustiere, bei Ozeanen oder bei Götter. Da siehst du eben halt Themenmesser sind das, die zu diesem Thema, das wir da haben, gut passen. Bevor ich zu dem Messer komme, dass ich hier vorstellen möchte, das Arcadia 05, noch mal kurz zum LTS-Spiel. Und da haben wir hier was Neues wieder für euch. Wir haben hier dieses Taschenmesser, das ihr gleich seht. Ich werde nicht sagen, aus welchem Holz der Griff ist. Und es stehen sieben Möglichkeiten für diesen Holzgriff. Und zwar die Möglichkeiten sind Bokote, Amboinerholz, Thuja, Nussbaum, Eisenholz, Kastanienholz oder Mahagoni. Das Spiel nennt sich zwei von sieben Holzwellen. Warum zwei von sieben? Ihr wisst ja, all diese sieben Möglichkeiten habe ich schon bereits in der OLC unter LTS, also erstmal unter Spiele und Events, dann auf LTS gehen und dort seht ihr dieses Spiel zwei von sieben Holzwellen. Und wenn ihr da rein geht, seht ihr diese Möglichkeiten und der Unterschied, warum es auch zwei von sieben heißt, damit es doch nicht so schwer ist, sonst wäre die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen sehr gering. Bei eins von sieben halt ein Siebtel. Möchte ich gerne diese Möglichkeiten für euch erhöhen. Deswegen könnt ihr zwei Produkte anklicken, beziehungsweise zwei Holzvarianten anklicken. Also Minimum eins, wenn du die 100% sicher bist, dass es Amboinerholz ist, klickst du auf Amboiner zum Beispiel. Oder du bist nicht sicher und klickst auf Amboiner und Nussholz. Also maximal auf zwei Produkte. Danach und das ist wichtig, danach müsste ich hier unten klicken, damit diese Angabe von euch gespeichert wird. Bei dem anderen Spiel, wo man nur eine Möglichkeit hatte, musste man nicht anklicken auf dieses Spielende sozusagen, weil es war nur eine einzige Möglichkeit. Hier aber, weil es zwei Möglichkeiten sind und du auch natürlich auch nur eine Möglichkeit wählen kannst. Du musst ja nicht die beiden Holzarten anklicken, es reicht auch, wenn du eine anklickst, musst du uns deutlich machen, jetzt bin ich aber zu Ende und klickst hier auf Spielende. Denk dran, du kannst es nicht mehr verändern. Du hast nur eine einzige Möglichkeit, die Wahl zu treffen und du kannst nicht mehr verändern. Erst nachdem du geklickt hast, dass es zu Ende ist, siehst du, wie die anderen abgestimmt haben und siehst du auch die Kommentare der anderen. Am Ende des Tages heute bis 23 55 hast du Zeit, werde ich dann schauen, wer, ich kann nämlich sie genau sehen, wer welchen Daumen nach oben geklickt hat. Und all diejenigen, die bei dem richtigen Produkt geklickt haben, zum Beispiel angenommen, es wäre den Nussbaum richtig. Alle, die beim Nussbaum, die Daumen nach oben geklickt haben, bekommen fünf Kamos Punkte. Alle anderen bekommen nichts. Bin gespannt, erstmal wie viele teilnehmen. Das Spiel hier findet großen Anklang bei euch. Es macht euch sehr viel Spaß, damit zu machen und mitzuraten. Insofern bin ich total glücklich, euch solche tollen Spiele zur Verfügung zu stellen. Wenn du noch weitere Ideen hast, zu weitere solche LTS, Laguille-Tagesspiele, dann schreib hier in der OLC direkt darüber, siehst du ja auch unsere Diskussion und da kannst du deine Ideen, deine Konzepte oder vielleicht Anmerkungen dazu mitschreiben und wir sind sehr froh, auch neue Ideen aufzunehmen. So, jetzt kommen wir zu diesem wunderschönen Taschenmesser für 295 Euro. Jetzt ist auch die Sonne hier, aber das wird zu viel, machen wir ein bisschen Schatten. Wir haben hier also dieses Holz und jetzt kannst du überlegen, welche der sieben Möglichkeiten das ist. Wir haben hier also Bokote, Ambuina, Thuja, Nussbaumholz, Eisenholz, Kastanienholz und Mahagoni. Also sieben unterschiedliche Hölzer, die meiner Meinung nach recht ähnlich aussehen. Das heißt, das ist nicht so ganz eindeutig, wenn man es nicht wüsste, was das ist. Es ist wirklich ein bisschen schwierig, deswegen finde ich dieses Spiel schon sehr, sehr spannend. Und hier finde ich dieser Drehausgriff sehr schön. Es fühlt sich wirklich total schön in der Hand. Übrigens auch das ist wieder neu. Wie findest du alle Messer mit einem Drehausgriff? Am besten gibst du hier oben Messer ein in der Suche und dann hier unten unter Merkmalen, dann gehst du hier auf Griff. Da siehst du die verschiedenen Möglichkeiten für einen Griff. Das erweitern wir immer wieder. Wir sind noch nicht ganz fertig, aber da siehst du auch Drehaus und dort, wenn du darauf klickst, siehst du alle Produkte, die einen Drehausgriff haben. Die erste Zahl ist die Anzahl der Produkte, die vorrätig sind und die zweite Zahl ist die Gesamtzahl. Und dann siehst du alle Produkte, die einen Drehausgriff haben. Also in der Hand, auch wenn das hier relativ schmal ist oder fast schon spitz, in der Hand fühlt sich das nicht irgendwie schlimm an, sondern ganz außergewöhnlich, weil es eben nicht glatt ist. Ist sogar auch schöner, wenn man damit schneidet. Irgendwie mehr, ja, griffig, würde ich sagen. Dann habe ich hier die typische Gilochage von Armand Kaysaac. Mit seiner typischen Biene. Und das Besondere ist, diese echt schöne Gravur auf der Klinge. Ich finde es ja wirklich wunderschön gemacht. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist so eine Feder. Das habe ich bei keinem anderen Künstler gesehen. Hier ist da noch mal sein Armand Kaysaac AC Symbol, das ist ein Logo. Und hier auch noch mal diese Feder. David Auvelier hat auch eine Feder. Aber hier ist besonders groß. Normalerweise macht er, man kann sagen, eine kleine Feder. Aber hier hat eine richtig schöne große, über über die Hälfte der Klinge. Das Messer lässt sich auch sehr gut öffnen und schließen. Es ist kein Unikat, kann also bestellt werden, auch wenn es nicht mehr vorrätig ist. Jetzt wisst ihr, welche Möglichkeiten ihr habt. Aber erst mal haben wir dieses eine. Also ein wirklich sehr, sehr schönes Messer. Sehr handlich. Ich finde es auch schön, dass auch im geschlossenen Zustand ich hier diese Feder sehe, dass sie nicht so ganz versteckt ist. Hier haben wir auch noch mal diese Feder auf der Klinge. So ein bisschen wie der David Auvelier auch macht. Also alle haben hier in diesem ersten Drittel der Klinge irgendetwas Typisches, so dass man es ziemlich gut erkennt. Meistens hier an diesem Bereich, von wem das Messer stammt. Also Philipp Poisier hat seine besondere Einkerbung hier. Die Messermarkkünstler von Lagion Obrac, David Auvelier, Armand Kayser. Also alle haben hier auch in diesem Bereich irgendwie deren Kennzeichen. Denn die Gilochagen, die Bienen kann man nicht immer unbedingt erkennen. Obwohl die anderen Messermarkkünstler, wie David Auvelier, Philipp Poisier, die haben eine typische Biene, was sie machen. Aber die machen die ja nicht ständig. Während hier dieser Bereich, das machen die bei so gut wie allen Messern. Also sehr, sehr schönes Messer für 295 Euro. Wirklich auch optimal so zu mitnehmen. Ganz toll. Bin gespannt, wie viele von euch das richtige, der richtige Material entsprechend erratet. Und ja, kann schon kaum erwarten, dass der Tag zu Ende geht, um zu schauen, wie ihr abgestimmt habt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Dein Mr. Lagion.